Sind auch Sie stolz auf Ihr Land? Ja? Dann haben wir für Sie genau das Richtige. Die offizielle CD zur Nationalstolz-Debatte. Frankreich, Frankreich, Kids of the Forties. Frankreich, Frankreich, Träumen auch Sie noch von den sonnigen Tagen vor El Alamein? Brennend heiße, grüßt im Sonntag, über den Wolken. Oder ist es der Traum vom Fliegen, der Sie für immer gefesselt hat? I am the God of Hellfire and I bring you fire. Die Kids of the Forties. Und wenn Sie gleich bestellen, erhalten Sie als Bonus-Track den Smash-Hit der 30er Jahre. Und jetzt alle. Und dann die Hände zum Himmel. Kids of the Forties. Nur die bringt Bombenstimmung.